Wir bedanken uns bei Tobias Hoch und seiner liberale Flüchtlingshilfe, der seit 2014 die Isin im Nordirak tatkräftig unterstützt. Wir bedanken uns an die Bundesrepublik Deutschland, die das Genozid 2014 an die Isin anerkannt hat. Wir sind dankbar an Sahar Babi Sheikh, Mahir Babi Sheikh, Sahar Babi Sheikh, Tobias Hoch, sowohl auch die Jugend, die Jugend der Isin. Ohne die Jugend der Isin wäre das alles nicht möglich. Wir sind dafür dankbar und holl holler Taussemelik. Wir haben hier eine große Beziehung und die Erste, die wir mit dem Namen haben. Wir haben hier eine große Beziehung und unsere Beziehung hier. Wir sind dankbar an Sahar Babi Sheikh, Mahir Babi Sheikh, Sahar Babi Sheikh, Tobias und wir haben hier eine gute Beziehung. Wir sind hier eine gute Beziehung und die Arbeit, die uns einen lieben Dank an zu sein und unsere Arbeit haben.